Hallo, ich bin Josephine Busch. Ich spiele hier im Theater am Potsdamer Platz im Musical Hinterm Horizont das Mädchen aus Ost-Berlin und ich wünsche allen Berlinern eine ganz wunderschöne Weihnachtszeit. Wir von Hinterm Horizont werden ab 25.12. die ganze Weihnachtszeit bis Silvester für euch durchspielen und wir hoffen, dass ihr es so richtig mit uns krachen lasst und eine schöne Zeit habt mit uns.